Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Ram und in dem heutigen Game spiele ich Malfight als Support. Mit dabei ist heute der Can und er spielt Graves als ADC und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim zuschauen. Die haben richtig Masterplan, ja? Der Ekko der hat Phasenrausch, das heißt wenn der seine Pässe triggert und das Ding, dann ist der Speedy Gonzales. Der Rengo hat Dark Havis, das ist im Jungle sowieso okay, wenn der gut vorankommt. Also wenn er normal im Game steht, wird der irgendwann alle One-Shot. Außer die Tanks natürlich. Aber so mich, ja so B. Ja, vorhin habe ich hochgeladen, ey, da war ich KZX Jungle, Kollege von mir, Renga top. Das war auch geil, also KZX Renga zusammen ist ja auch cool. Ja, die Stark Havis, das kennst du ja, ne? Das ist das Hoch-Stack. Ja, ja. Ich hatte letztens als Chaco 200 Stacks oder so. Keine Chance, alles gewonnen hittet. Stackt das denn unendlich weiter? Ja, du musst das aber halt aktiv halten. Entweder ein großes Minion, ein Champion oder irgendwas muss sterben oder Monster. Dann hast du 30 Sekunden oder 20 Sekunden, also auch nach Stackanzahl erhöht sich die Dauer noch ein bisschen. Dann macht der nächste Angriff so und so für Plus-Schaden. Also musst du halt die ganze Zeit durchkloppen, sag ich mal. Ja, und Kill-Zumsetten das Ding auch. Ja. Das heißt, im Teamfight, wenn du einkillst, kriegst du das direkt und machst auf dem Nächsten wieder richtig Schaden. Wenn der stimmt, dann auf dem Nächsten und das ist gut. Aber am meisten Spaß hat es gemacht. Hast du gesehen? Ich habe Heimer-Dinger mal wieder gespielt auf der Top-Lane. Ja. Ey, teilweise gegen drei, vier Leute alleine gekämpft. Das war so geil. Wer macht so einen Spaß, dieser Champ? Oh, die Vayne ist schon da. Ja, ist gut, dass sie da die Minions hin und her pullt. Wird mir eventuell die Minions kriegen. Mal gucken, kann der Blitz schon hier vorne drinne stehen? Ja. Ne, da ist er. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Stimme schon so ein bisschen epic. Ihr seht jetzt ihre W-Skill. Aufpassen. Ja, ich will hier nur Angst machen. Au. Ignite ist drauf. Das war nicht gut. Das Ignite? Ne, der Trailer. Die waren noch nicht der B2. Wir hätten nur ein bisschen abwarten müssen. Dann hätten wir auch turnen können. Besser turnen, also. War jetzt nicht schlecht, aber. Achso, ja, so ist es zu low. Oh, schade. Hatte. Hatte ich zu spät gesehen. Also, dass er so low ist. Und du musst aufpassen wegen meinem Nachhinein, ne? Also, ich bin auch nicht immer voll und. Ja. Die sind jetzt halt die 3, jetzt müssen wir auch nochmal aufpassen. Aber die Headpushen ist aber nicht schlimm. So, der geht worden. Ich habe die Minion vorgelocken. Habe ich sie in den Last nicht bekommen. Ne, ne, Digga. Mist. Boah. Weg hier. Boah. Ich komme nicht mehr weg. Ich komme der Win einfach nicht hinterher. Aber der steht im Gebüsch. Ich glaube, der Lee kommt auch. So schlecht. Ich bin jetzt nicht mehr weg. Ich bin jetzt nicht mehr weg. wir hatte ich auch schon groß natürlich was sehen wir müssen noch einpushen um mich wieder nichts bekommen davon von den dreien ich habe es gesehen und scheiß ich kaufe mir ein warte mal 16 gold auf dem pot ich gehe schon mal vor ich gehe schon mal vor doch war doch so früh nein alter hast du meine eine q gesehen die ging nicht auf die wane die ging aufs minion alten schmeißt sich das da kamikaze vor dies viel ich werde bekloppt kann also diven gehen ich bin da von hinten klar ach komm oh nein jetzt trifft er die q ja wenn es wisst hat er mir mal lassen können ne ich war es nicht ich war es nicht wenn er den tower gelastet ist egal wenn wir weiter drauf hauen ach ja war ja sowieso nicht der erste doch war der erste aber dann ist es trotzdem egal ich dachte nur der last hit zählt ne ne es dauert ewig bis das resettet wird ah ok dass ich alleine drauf hauen und solo gold kriege also nur schon wenn wo der die schon mit drauf gehauen hat war schon klar dass es kein solo gold mehr wird ah so ein minion noch für level 6 dann geht's scharf 30 sekunden bis den kult wie viel leben hat er noch ich geh mal kurz mit lan ja oh der ist level 8 oh blitz ist bei dir ah ich seh es scheiße musste ich ulten um abzuhauen ne so ein Mist oh totes Liegen ne kommt weg ne stopp oh tre geh ger 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 Alter, was geht ab, ey? Oh, hier ist ein Rengar. Ich hab keine Ahnung, na komm weg hier. Ich hab auch keine Ult. Toll, jetzt bin ich den ganzen Weg hier runter marschiert. Mein Problem. Boah, boah. Egoist hoch 3, sagst du. Oh, oh. Oh, oh, Rengar ult. Geht auf den Yasu. Ja. Der Yasu hat noch keine ult. Banane. Ja, ich hab auch noch keine. Ich geh wieder bot lane. Wir warten ja noch kurz und dann holen wir Kills. Ja, ein Ekko will ich nicht unbedingt Tor dive. Blutrausch. Blutrausch. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Ah, ne, Digga. Da können wir dir nicht helfen. Oh. Giano auch da. I can't follow. Ich hab ihn gekillt. Jo, alter, Killerkarpfen. Geh andersrum und kriegst du noch einen Blitz. Okay. Jo. So, denk ich mal. Nee. Ich hab keinen Ult. Einen Ult und kein Mana wieder. Ich auch nicht. Ah! Zecke. Oh nein, jetzt kommt der auch noch. Was geht hier ab? Alter. Macht so ein bisschen Spaß, ne? What? Na gut, jetzt nicht mehr. Der Ult hat nicht getroffen, defuck. Der stand direkt da. Hm. Ja, das hat man gemerkt, ja, so, dass du gedacht hast, dass das die Akali in deinem Team ist, weil du dich nicht bewegt hast. Also, ich hätte mich nämlich erschrocken, wenn der Terminal Kali steht. Hehehe. Ja. Ja. Hat der Ult, Eko? bin dein Bro. Boah. Aber leider wird der Lee fast gesolot vom Bitcrank. Ja, der Lee ist auch, naja. Ja, doch, der war okay. Ja. Ja, ist auch so viel. Komme ich mal wieder hier zu meinem ADC? Hm, wo ist ADC? Ah, Wayne ist top dann, dann können wir hier durchdrücken. Oh, what? Ist der Ringer im Gewisch? Ich würde hier warten. Kein Problem. Ne, ich dachte, also ich würde als Ringer hier warten, Mensch. Achso, naja, aber gegen Malfight und Graves macht er auch nichts. Mein Fahne. Mein Gold. Keine Keine. Habst du beide erwischt, glaube ich. Boah. Oh, lol. One-Shotted der nicht da. Du Scheiß. Egal, wieder ein Double für dich, aber naja, drei für die. Ey, drei zu drei haben wir getauscht. Wir waren in der Unterzahl. Doch, drei zu drei sogar. Jo, Tatsache. Ich hab, ich hab, ich hab alle drei gekillt. Ja, ne, ich hab gar nicht gesehen, dass der Kali doch da in ihrer Pfütze gestorben ist. Ja, ja, ich hab sie geultet. Ja, dann ist noch eins. Geult. Ich brauch kein Invis. Hehe. Ne. 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 Noch 900 Gold, dann hab ich mein Infinity Edge. Dann geht's ab. Dann geht's scharf. Wie viel Art hab ich? Na ja, schon 200. BockIS machen. Ne, mir Infinity Edge. Dann könnte sein, dass ich Game in einer Combo-Wahn hätte. Hehe. Hehehe. Ja mein Asus, aber der bewegte sich auch gar nicht von unten Ja, Draikpit mach ich mal machen, ich bringe die nächste Wave ein und dann Mh, weil Wain kommt hier, können wir natürlich auch so ein bisschen abpacken 5 Sekunden hab ich wieder ult, da ist er Boah Die sind mehr dann, mehr ran und inhib Enger kommt, Blitz kommt von unten jetzt, warte Okay, ich hab den Oh, oh, oh Stop Die waren uns hart, die wissen wo wir sind Ja, ich hab noch Flash Ja Na gut Ja Ja Oh Ja Da Ja Wäld Oh, Wayne, hinter mir. Ah! Ah! Ja, scheiße, die hab ich jetzt auch nicht gesehen, ey. Einfach Tötung. Hey, Wayne. Alte Maschine. Okay, dann geht's. Dink. Ja. ecco auch mit der wir pushen mit die großen Fällen. Er muss doch kommen, ja. So, ein nice Combo, würde ich mal sagen. Ich laufe. Ja, keine Sorge, der kriegt mich nicht. Wir fetzen die aber ganz schön weg, würde ich mal behaupten, wa? Ja. Oh, die haben aufgegeben. Hm, okay. Oh, ich hab tausend auf den Dings gekrippt. Okay, in diesem Fall fand ich es sogar vernünftig, dass die Gegner aufgegeben haben. Und ich hoffe, das Game hat euch gefallen und wenn ja, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald, euer Ran.